Jo hallo servus und habe dir dazu eine neue Folge der Plansizumis News. Heutiges Top Thema, ihr habt alle 80.000 Münzen mehr im Plansizumis Garden Warfare. Grund dafür ist, dass sich Plansizumis mal richtig dafür bedankt, dass wir mittlerweile über 8 Millionen Spieler sind. Das ist echt krass und sie haben einen Artikel verfasst auf der offiziellen Garden for 2 Homepage. Ich verlinke euch den übrigens unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal durchlesen. Und da steht unter anderem drinnen, dass wir eben alle 80.000 Münzen gratis bekommen, eben weil wir 8 Millionen Spieler sind. Und weiter sieht man da ein echt nices Bild, ein Statistikbild, wo man eben ein paar sehr, sehr interessante Statistiken sieht. Unter anderem eben 8 Millionen Spieler. Insgesamt haben wir 1,4 Milliarden Spiele gemacht bis jetzt in Garden Warfare. Das ist echt krass. 1,4 Milliarden. 7 Milliarden Zombies getötet, besiegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Bots Zombies sind oder die echten Spieler Zombies. Weiß es leider nicht. Ähm, ja und einfach sonst noch die häufigsten gespielten Klassen, die häufigsten verwendeten Fähigkeiten und wie oft das Ganze benutzt wird. Ich könnte euch das Bild hier jetzt kurz in Ruhe anschauen oder sonst hab ich natürlich auch auf Facebook und Twitter gepostet. Brains. Weiteres Top-Thema. Es wurde wieder mal eine neue Variante veröffentlicht und dieses Mal ist es eine Kaktee und zwar die Sen-Kaktee. Die habt ihr vielleicht schon im letzten Entwicklertagebuch gesehen. Ganz kurz hat man sie aufblitzen gesehen auf dieser Sen-Map. Und da hat man schon ein bisschen was gesehen. Man hat schon spekuliert, das könnte vielleicht eine Zauberkaktee so sein. Aber sie heißt Sen-Kaktee. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht genau was das Besondere bei ihr ist. Ich wie sieht es hier ganz schön die Schüsse. Das sind explosive Schüsse. Aber das wirklich Besondere was ich, was man ganz eindeutig sieht, sind diese Kugeln, die rund um sie herumschwirren. Und eins weiß ich ganz sicher und zwar ist das die Munition. Nur weiß ich nicht genau was sich das bringen soll, dass man so öffentlich sieht wie viel Munition ich im Moment jetzt noch habe. Da bin ich noch ein bisschen überfragt, was sich das dann genau bringen soll oder was diese Kugeln im Endeffekt genau können. Aber es ist auf jeden Fall sicher, das ist die Munition. Man sieht es auch ganz eindeutig, dass es einfach wenn geschossen wird, dass der Ball gleich wegkommt. Und ja, das war die Sen-Kaktee. Ich bin schon sehr gespannt auf die zu spielen. Und ich freue mich natürlich schon auf die weiteren Varianten, die hoffentlich jetzt noch bald vorgestellt werden. Der YouTube-Kanal Ginter Gaming hat bereits die Demo vom zweiten Teil von Jurassic Mars gespielt in Plants of Zoms 2. Und man sieht natürlich alle neuen Pflanzen, alle neuen Dinos. Wie gesagt, das ist nur eine Demo, aber so wird es wahrscheinlich dann sein. Unter anderem sieht man einen neuen T-Rex-Dino, der die Zombies anbrüllt und dass sie nachher schneller laufen. Man sieht eine neue Sonnenblume, die Urzeit-Sonnenblume, eine neue Kartoffelmine, die Urzeit-Kartoffelmine. Und eine neue Pflanze, natürlich wieder zum Kaufen, für 7 Euro. Und zwar einen Eis-Drachen-Molchen. Ein Eis-Drachen-Molchen, genau. Sieht auf alle Fälle alles sehr, sehr nice aus. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich verlinke euch mal den Kanal mit diesen Videos unten in der Videobeschreibung. Oder ihr wartet einfach, bis das Update heraus ist. Dann werde ich es natürlich spielen und alles vorstellen. Und zum Schluss nur noch eine kurze Ankündigung. Und zwar kommt Anfang Dezember ein neues, richtiges Garden Warfare 2 Video, wo es vor allem um den Solo-Teil von Garden Warfare 2 gehen wird. Ich bin schon sehr gespannt drauf, was wir alles dann machen können. Auf alle Fälle Anfang Dezember wissen wir mehr. So, die Frage der Woche kommt von LionCraft und er fragt, was erhoffst du dir für neue Varianten? Ich wünsche mir eigentlich nur eine Variante. Und zwar ist das ein Powerfußsoldat. Ich mag ja die Power-Kacktee unglaublich gerne. Und ich denke mal, dass man das Ganze auch in die Fußstartenrichtung hineingeben kann. Entweder mit einem vollautomatischen Gewehr oder eben auch dann mit Captain Deadbeard. Mit einem Sniper... Ja, mit einem Sniper-Power-Captain-Deadbeard. So in die Richtung. Sonst, was dann noch nice wäre, wäre eine Art... Ja, ihr kennt ja die Schattenblume. Und das Ganze auf die Rose bezogen. Das heißt, sie ist eine Schatten-Rose. Wird auf alle Fälle, glaube ich, extrem geil ausschauen. So eine tiefschwarze Rose würde auf alle Fälle, glaube ich, sehr, sehr nice wirken. Und sonst vielleicht noch von Captain Deadbeard so eine aufladbare Variante. Wie bei der Zukunfts-Kacktee. Aber ja, das war's dann eigentlich schon. Sonst lasse ich mich eigentlich nur überraschen. Und bin schon sehr gespannt auf alle neuen Varianten in Garden Warfare 2. Ich hoffe, ich hat diese News-Folge gefallen. Schreibt auf alle Fälle wieder eine neue Frage in die Kommentare. Ich werde mir dann wieder eine heraussuchen und eine nächste Folge beantworten. Ich hoffe, es hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.